Hallo und herzlich willkommen zu Part 124 von Dauntless und wieder mal habe ich, denke ich mal, ein relativ gutes Bild hier für die Ätherstürmer am Start. Und zwar haben wir folgende Werte drin, plus 6 Berserker, plus 6 Eisgeboren, plus 6 Leitung, plus 6 Wilde Raserei, plus 6 Wut, plus 3 Disziplin, also relativ wenig kritische Treffer und plus 3 Wutjäger. Hier, muss ich mal ganz kurz gucken, habe ich das in der Mod auch drin? Ja, genau. Dann haben wir hier Stalkers Bot, haben wir auf plus 10, wir haben Krachen des Titanen drin, da könnt ihr aber auch gerne das Spezial wechseln. Ich habe hier die zyklonale Schlagplatte drin, das ist, denke ich mal, jetzt safe, da hier der Karma-Brescher, kritische Treffer erhöhen den Schaden, bla bla. Wir machen relativ wenig kritische Treffer, wir haben Zelle der Wilden Raserei drin, Zelle der Leitung, dann haben wir den Hellplattenhelm. Dort haben wir Wutjäger drauf und Zelle des Berserkers machen wir rein. Borealische Entschlossenheit mit Wut und Zelle der Eisgeburt, wir haben Borealische Macht mit Wut und Zelle der Disziplin und wir haben Borealischen Marsch mit Eisgeboren und Zelle des Berserkers. Warum habe ich hier überhaupt Disziplin drin? Wenn ich Disziplin hier rausnehme, könnte ich hier zum Beispiel Wutjäger auf plus 3 setzen, da hätte ich Wutjäger auch auf 6, hätte die Disziplin draußen, bevor die Frage kommt. Aber dann droppen wir nicht mit dem Leben direkt auf 50% und können direkt mit Full Damage starten, das ist so mein Ansatz. Man könnte es auch anders spielen, man könnte halt dann mit Vollleben reingehen und sich runterhauen lassen auf die 50% und dann mit Wutjäger spielen. Das wäre die eine Variante, finde ich aber jetzt nicht so prickelnd, dann doch lieber so. Und das andere ist, vor allem auch wenn ihr von externen Heilungen bekommt und über die 50% Leben wiederkommt, dann ist es auch so, dass dann Bilderraserei und Wut auch wieder direkt weg sind. Also Disziplin ist schon sinnvoll in diesem Bild. Was ich auch sehr, sehr geil an diesem Bild finde ist, hier habe ich die Berserkerzellen drauf, also hier auf dem Helm und hier auf den Füßen. Und ihr könnt zum Beispiel hingehen und könnt einfach sagen, okay, ich starte mal gerade eine Quest, machen wir mal einfach eine kurze, was weiß ich, Patrouille, machen wir mal eine kurze, ähm, boah, keine Ahnung. Ja, machen wir mal eine Terra-Patrouille, da kann man das, denke ich mal, vielleicht ganz gut und witzig zeigen, kommt drauf an, welches Monster jetzt kommt. Ja, und zwar hier, wie ich schon gesagt habe, die zwei Technikzellen hier sind praktisch variabel. Da könnt ihr so einbauen, wie ihr das gerne hättet. Ich habe mal so ein ähnliches Bild vorgeschlagen, da wurde mir gesagt, okay, spielt es doch lieber mit Berserker statt mit Gerissenheit. Ihr seht es schon, meine präferierte Lösung ist eigentlich hier, Gerissenheit ist, sage ich mal, das ausgeglichenste von den drei oder vier Sachen, die ich euch vorstellen kann, die man hier reinsetzen kann. Also man kann Berserker reinmachen, macht wahrscheinlich den meisten Schaden, man hat aber das Problem, die Gesundheit ist noch weiter reduziert. Man kann Zelle der Gerissenheit einbauen, dann hat man halt 17,5% kritische Trefferchance statt, jetzt nur 7,5% und man macht 180% kritischen Schaden, ich glaube, statt 150%. Also das zum einen, also man macht halt ein bisschen mehr Schaden auch wieder, oder wie soll ich sagen, im Vergleich zu Berserker geht der Schaden wahrscheinlich etwas runter, bleibt gleich, wie auch immer, muss man ein bisschen sehen, kommt ein bisschen auf die Spielweise an. Und man hat den Vorteil, dass man nicht vom Leben noch weiter droppt, also noch weiter nach unten geht, man spielt ja schon mit 300, Quatsch, mit 50% Leben. Und wenn man dann nochmal um 350 ist es, glaube ich, oder? Wo steht es? Ne, 300 maximale Gesundheit, das kann man halt rausnehmen und könnte dann mit Gerissenheit halt hier eben agieren, wenn man das auf die Füße und hier auf den Helm setzt. Man könnte genauso, ja, gewichte Treffer weiß ich nicht, glaube ich eher nicht, man könnte mit Zelle der Säure spielen, ist ja auch mein Zelle, ne, Hammer der Säure Bild ist das hier auch eigentlich, ja, könnt ihr halt hier einbauen, dann könnt ihr ein bisschen Verwundungen noch an den Start bringen, was natürlich auch nicht schlecht ist, was weiß ich gar nicht, ob das bei den Fäustlingen auch die Schadenswerte später droppt gegen die, also ob der Teil, Quatsch, droppt, ob der Teilschaden da auch zunimmt, weiß ich jetzt nicht. Ich würde es eher zum Farmen nutzen, um halt diese ganzen Verwundungen an den Start zu bringen. Man könnte auch, wenn man Solo spielt, zum Beispiel hier erhöht nach dem Ausweichen durch einen BM auf Angriff vorübergehen die Angriffsgeschwindigkeit, also Zelle der Welt, ähm, der wendigen Wut könnte man einbauen. Ja, und ich denke, das war's dann. Also Berserker, äh, wendige Wut, Säure oder Gerissenheit könnt ihr da einbauen, je nach Spielprinzip, wenn ihr Farmen wollt, Säure, wenn ihr allgemein gut sein wollt, sag ich mal Zelle der Gerissenheit, in der Gruppe zum Beispiel eher Zelle der Gerissenheit vielleicht, oder auch Zelle des Berserkers, je nach eurem Spielstil. Und wenn ihr Solo voll Damage machen wollt, könnt ihr auch hier wendige Wut machen, einmal ausweichen und dann seid ihr direkt, äh, 25%, glaube ich, schneller oder so. Dann geht das, äh, das ist ein richtiges Speed-Bild. Vielleicht zeige ich das auch irgendwann mal separiert, ich lasse es jetzt mal hier so mit Berserker und werde es euch ein bisschen mit Berserker zeigen, wie es da so abgeht. Ihr könnt es dann selbst mal ein bisschen umbauen und wie gesagt, diese Technikzellen sind halt variabel. Das finde ich irgendwie eine coole Sache an dem Bild, man baut sich das Bild hier und kann immer ein bisschen anpassen, okay, ich will jetzt ein bisschen farmen, okay, ich will Solo spielen, ich brauche hier Max Damage, oh ne, Max Damage gefällt mir doch nicht, weil ich doch zu anfällig werde. Dann hole ich doch Gerissenheit rein, das finde ich irgendwie so ganz cool an dem Bild, dass man dann so ein bisschen hin und her switchen kann mit ein, zwei Klicks und nicht das ganze Bild umbauen muss oder sich einen separierten Slot noch speichern muss. Finde ich eigentlich ganz geil. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Bild so spielen würdet, würdet ihr es überhaupt so spielen und, ähm, wie ihr den Stalker-Spot vielleicht auch spielt, also hier die Stalker, ähm, Striker. Könnt ihr mal gerne mal schreiben, bin ich mal gespannt. So, gucken wir mal, wo der Skarn-Kollege ist, ich gucke lieber hier oben mal genauer nach, wenn der sich so in den Boden eingräbt, manchmal sieht man das schlecht, aber ich hätte es müssen sehen, hoppla. Also Stalker, ach Quatsch, Stalker, sag ich, Skarn wird hier kein Problem, wird kein Problem für uns darstellen, das ist auf jeden Fall mal Fakt. Und dann können wir vielleicht noch gleich eine Runde gegen Valomir oder Valomir, äh, zeigen, also ein Lichtmonster, wo wir dann den erhöhten Schaden haben, äh, weil wir hier eine Schattenwaffe spielen. Also gerade gegen Lichtmonster würde ich sagen, ist das hier ein richtig starkes Bild, ein wirklich, ja, sehr, sehr starkes Bild. Ja, müssen wir mal gucken gleich. Ui, da ist er. Na, ich werde später erst die Tränke wieder nutzen gegen Valomir, hier jetzt nicht. So, hier jetzt aufpowern. Das habe ich vielleicht manchmal auch ein bisschen schlecht gezeigt. Wenn ihr so stehen bleibt und dann die Attacke startet, dann springt ihr nicht so nach vorne. Das nervt manchmal so ein bisschen, sag ich mal. So, jetzt kann man da einfach rein smaschen. Ich muss dran denken, die Laterne echt zu nutzen. Das ist manchmal hier echt noch ein bisschen problematisch, sag ich mal. So, hier auch wieder die Spezialfächer. Ah, jetzt habe ich nach vorne gedasht, weil ich nach vorne gedrückt habe. Das ist, wie gesagt, manchmal noch ein bisschen blöd. Muss mal ein bisschen drauf achten, was man da so drückt. Jo, wie ich da drauf achte, merkt ihr es? Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen hier. Ein bisschen Schaden machen. An den Kopf gehen macht natürlich auch immer schön Betäubungsschaden. Hier kann man da rein bollern. Jetzt einfach nur hier. Jetzt kann ich mein Spezial auch noch rein ballern. Das Kamekameha oder The Final Flash oder wie man da auch immer nennen will. Auf jeden Fall irgendwas in der Art, sag ich mal. So, jetzt könnte ich wieder mein Kamekameha starten. Bäm. Ist schon ganz geil. Macht schon Bock, sag ich mal, die neuen Waffen hier. Und das war es schon. Und wir haben noch eine Kopfgeldmarke bekommen. Und wir haben Skan Meisterschaftsziel abgeschlossen. Echt? Musste ich gerne, dass ich da noch was habe. Juhu. Juhu. Sehr geil. So, was haben wir denn da? Ich glaube, die EP, genau. Ah, Terra Patrouille muss ich auch noch abschließen. Ja, gut, dass ich da so Bescheid weiß. Ich bin voll im Spiel drin, merkt ihr. Ja, und dann für die nächsten Parts werde ich dann auch noch, sag ich mal, andere Skillungen vorbereiten. Vielleicht auch noch mit Stormclaw Waffen oder sowas. Oder Drask Waffen, denke ich, waren noch ganz gut, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Emberman Waffen, werde ich vielleicht noch zeigen. Vielleicht auch mal ohne eine Eisgeborenskillung, werde ich auch mal zeigen. Aber hier, die Eisgeborenskillung ist bei den Waffen irgendwie richtig geil, muss ich sagen. Also davon wegzugehen fällt mir ein bisschen schwer. So, und jetzt machen wir mal Licht-Bemorphs. Machen wir mal einen heroischen Valumier, da nervt er ein bisschen mehr rum. Mal gucken mal, wie das so klappt. Valumier. Ah, und da gucke ich noch gerade was anderes. Und zwar hier steht das hier, Ätherstürmer, schließe Kombus ab, um Mantras zu erzeugen und mächtige Techniken zu ermöglichen. Da steht jetzt gar nichts von Trennen oder sonst irgendwas. Also kriegt der einen erhöhten Schaden, wenn Verwundung am Start ist. Das muss ich mal testen. Keine Ahnung, wenn man jetzt Zell der Säure da rein nimmt, zum Farmen zum Beispiel. Aber zum Farmen finde ich die halt auch mega geil. Von was ich da die ganze Zeit rede, ist hier in der Meisterschaft jetzt zum Beispiel bei Sherrock, hier verwundet Sherrock, dass man dann Zell der Säure da rein nimmt in die Technikzelle, das was ich eben gezeigt habe. Und dann könnt ihr halt hingehen und könnt dann die einzelnen Teile verwunden. Ich denke, das geht richtig gut mit den Waffen. Und das kann man zum Beispiel auch wunderbar hier mit dieser Waffe dann halt eben spielen. Geht hin, verwundet einen Teil. Man nockt auch noch ein bisschen aus. Also der Nock-Schaden bleibt ja gleich. Das ist auf jeden Fall mal ein Vorteil. Das heißt, man nockt relativ viel. Das Monster im Kampf ein, zweimal zu Boden, gerade bei diesen kleinen Patrouillen. Und da geht er praktisch rund ums Monster, haut ihm zuerst die Vorderbeine ein bisschen wund. Dann geht er nach hinten, haut die Hinterbeine wund oder den Schwanz wund. Klingt ein bisschen komisch. Ist aber so. Ja, und da kommt man da denke ich mal ganz gut voran, auch beim Skillen. Oder in der Meisterschaft. Oh, ich bin so blöd. Ich habe mal wieder gar nicht geachtet, wo der... Ich habe noch gerade gesehen, wo er rumläuft. Wo war das denn? Ah, da hinten. Sehr schön. Da hole ich mir noch die Steine mit. So, jetzt werden wir das Ganze mal mit Tränken sehen. Ist natürlich jetzt schon der Fall. Jetzt haut er ein bisschen mehr raus mit seinen Lichtkugeln. Kann er ein bisschen nerven. Ich wollte es einfach nur mal zeigen. Hier aufgrund des Schadens, sage ich mal. Was mit Berserker da so möglich ist. Und mit Tränken und auch gegen Hero Monster und so. Kann sein, dass der mich jetzt auch ein, zweimal downhittet. Wenn er da seine blöde Kugeln macht. Weil da werde ich jetzt relativ wenig drauf achten. Ich werde jetzt einfach reinballern. Wie ihr es von mir kennt. Ja, und wenn man die Kombos halt super geil durchzieht. Da kann man da auch, sage ich mal. Relativ gut. Jo. Kann ich da auch nach vorne däschen. Hoffe ich doch mal. Oh je, oh je. Oh je, was mache ich? Was macht er? So, hier. Und jetzt können wir ihn eigentlich gleich zu Boden holen. Ja, da liegt er schon. Jetzt bleibe ich mal am Boden, äh am Kopf dran. Hauen wir hier den Dot drauf. Genau. War das Dot? Ich glaube doch, oder? Oder war es super spezial? Irgendwas war es. Ich schaue mal weiter rein. Habe mir hier noch einen Bonus von ihm abgeholt. Und ihr seht, die Schadenzahlen sind überwältigend. Das ist schon amok. Das haut schon ordentlich rein. So, jetzt habe ich natürlich wieder die Drask-Waffe vergessen. Wenn man da mit Y ein bisschen durch die Gegend spamt. So wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Ist natürlich ein bisschen das Problem, dass die Ausdauer da ein bisschen droppt. Also ich weiß noch nicht genau, ob ich da nicht sogar irgendwann mal so ein X-Spammer werde. Keine Ahnung. Kann gut sein, dass das auch eine sehr gute Möglichkeit hier gegen ihn ist. Jetzt haben wir einen Dauner gesehen. Ja, weil ich halt einfach null auf die Kugeln hier achte. Da hauen wir eine wieder um. Bäm. Und hauen wieder auf den Schädel drauf. Klingt schon ganz gut runter, muss ich sagen. Ja, und die Schadenzahlen sind schon amok. So, hier können wir noch unser Spezial reinkloppen. Genau. Und mal ein bisschen aufs Schwänzchen gehen. Ich glaube, den brauche ich sogar noch. Aber den werde ich wohl jetzt nicht abtrennen. Das wird mir wohl so nicht gelingen. Aber vielleicht geht es ja. Und ach ja, ich mache dann keinen Beteiligungsschaden. Das ist natürlich auch schlecht. So, jetzt geht er uns da auf den Bäcker mit seinem komischen Lichtstrahl. Aber es ist schon ganz geil. Macht lau, ne? So, da sind wir noch schneller unterwegs und hauen wieder zu und machen und tun. Das ist schon geil. Ja, wenn man alle Kombos halt durchzieht, das kann man, denke ich mal, schon ganz geil spielen. Das habe ich jetzt auch noch nicht drauf. Wirklich alle Kombos so richtig. Was geht mit der Kamera ab? Kamera? Kamera? Ist der abgehauen? Was ist jetzt los? Bucky? Na, ich denke, der ist wirklich abgehauen, oder? War er schon fertig halbwegs, oder was? Keine Ahnung. Ich sammle mal hier noch was auf. Yo. Yo, Fazitzykloi. Yo. So, wo ist denn der? Scheißbaum. Macht auf jeden Fall richtig lauernd, muss ich sagen. Mit den neuen Waffen da. Kann man sich echt coole Builds auch zusammenhämmern. Ich habe jetzt null Plan, wo der Typ hin ist. Wo ist denn der hin? Wo laufe ich hier überhaupt rum? Was geht ab? Ich habe gerade Mapkenntnisprobleme. Mapkenntnisprobleme. Irgendwie habe ich gerade ein Hirn-Off. Ich glaube, der ist niemals da hinten. Wo laufe ich gerade hin? Was mache ich gerade? Und warum stecke ich die Waffen nicht weg? Alter, hallo. Ich laufe natürlich völlig falsch. Ihr seht jetzt mal ein Bildvideo, wie man Pflanzen einsammelt. Man läuft vorbei, drückt A. Ah, da hinten irgendwo könnte er sein. Wo lauft denn der auf der Map eigentlich immer rum? Keine Ahnung. Jemand Bock auf Hero Plus? Jo, gleich. Machen wir gleich. Denke ich mal. Ne, ich habe gerade echt Probleme, den zu finden. Ach stimmt, da oben könnte er noch sein. Aber ich glaube, da war gerade auch nichts. Hat mir jetzt auch jemand geschrieben, dass manchmal die Monster super schlecht zu finden sind. Oder kaum noch zu finden sind. Ich finde den gerade. Haben wir hier eben gekämpft? Ne, oder? Haben wir hier eben gekämpft? War das hier? Echt jetzt? Ah ja, da liegt ja auch ein Teil rum. Ach so, da ist er weiter da hinten, oder? Da ist er wahrscheinlich da hinten in der Ecke, wo er immer ist. Aber manchmal, wenn die die Maps so spiegeln oder drehen, wenn man einen komischen Startpunkt hat, dann komme ich manchmal gar nicht mehr klar und weiß gar nicht mehr, auf welcher Map ich bin. Es gibt gar nicht so viele Maps, aber wenn man dann irgendwo links startet, rechts startet oder sonst was, er wird wohl da unten sein, oder? Oder hier oben in der Ecke. Ach Gott, jetzt habe ich es wieder auf dem Schirm. Ja, genau. Gut, gehen wir nochmal umboxen. Ich haue mal wieder die Tränke rein. Dann haue mal den Hero Valumir Valumeyer hier weg. Und ich denke, da hat man schon ganz gut gesehen, zu was das Bild imstande ist zu leisten. Und auch, wie man es wunderschön umbauen kann, was ich halt sehr, sehr cool finde irgendwie. So, jetzt könnte ich auch wieder die Spezialattacke starten. Nein, ganz schlecht. Ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen jetzt hier mit den Waffen. Wenn ihr einfach nur RB jetzt hier drückt, dann, also gedrückt, haltet und keine Richtungstaste, dann spammt ihr nicht so nah, oder deckt nicht so nach vorne. Das ist manchmal ein bisschen irritierend, warum man das macht. Jetzt hier zum Beispiel genau das Gleiche. So, jetzt habe ich dem Dart ist ein Dot reingedrückt. Und jetzt kriegt er halt da den Dot-Schaden. Ja, und jetzt kann ich ihm weiter den Helm frisieren, sozusagen. Der Schaden ist schon geil. Ich denke, ich würde er auch gar nicht mehr so lange machen. Ja, und das war es auch gerade. Habe ich pünktlich abgebrochen, sozusagen. Ja, und da hat man auch mal einen Heroischen Valumeyer gesehen. Den mal ein bisschen umgeboxt. Ja, und da werde ich halt jetzt speziell ein bisschen drauf achten, dass ich immer ein bisschen mit den gegenteiligen Elementen spiele, um da mehr Schaden zu machen und so. Aber ich hoffe, ich konnte euch mit dem Bild helfen. Also, das Bild macht echt richtig Laune. Kann man wunderschön umbauen. Habe ich jetzt ja schon mehrmals erwähnt. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Teil. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.